Diesmal geht es beim Hochsensibilitätsabend um das Thema Beziehung. Und sowohl um die Beziehung zu mich selbst, als wer ich bin, als auch zu anderen Menschen, egal ob es jetzt der Partner, die Partnerin ist, Freunde, Bekannte, Familie, Arbeitskollegen, insgesamt Beziehungen. Und ich kenne es von mir, dass das Thema Beziehung sehr vielschichtig ist und ich sehr lange das Problem hatte, dass ich mich nicht abgrenzen konnte, dass ich viel mehr die Bedürfnisse anderer als meine eigenen gespürt habe, dass, wenn ich meine eigenen Bedürfnisse gespürt habe, ich ein Problem damit hatte, das zu kommunizieren oder einfach mal Nein zu sagen oder zu sagen, was ich will und vieles anderes. Und genau darum geht es in diesem Workshop. Es geht nicht um Theorie, sondern wir machen schöne, einfache Übungen, die einen auf eine ganz andere Ebene der Beziehung bringen. Also jenseits von Smalltalk und das ist aber schön, ach, deine Arbeit macht dir viel Spaß. Aha, ich glaube dir das auch wirklich. Wo hinter der Fassade vielleicht liegt, nee, das kommt mir ganz komisch vor, was du gerade sagst. Das deckt sich überhaupt nicht, also das Gefühl, was ich da habe, deckt sich überhaupt nicht mit dem, was du inhaltlich sagst. Das ist so die normale Ebene, in der wir uns oft bewegen. Und im Workshop geht es darum, auf eine Ebene der tiefen Verbindung zu kommen, eben mit dir selbst und auch in Kontakt mit anderen. Und es ist auch explizit ein Raum, in dem du eingeladen bist, deine Masken des Alltags einfach draußen zu lassen und wo du dich einfach als du selbst fühlen kannst. Das ist auch die Erfahrung und die Rückmeldung, die ich jetzt immer mehr kriege von den hochsensibilitätsabenden. Dass es den Menschen sehr gefällt und dass es mir auch sehr gefällt, einfach diesen Raum zu haben, wo alle so sind, mal wie ich und alle genau eben diese Herzensthemen haben, all die Themen der Hochsensibilität. Und dass es wunderschön ist, einfach so als von Mensch zu Mensch sich zu begegnen, da zusammenzukommen mit den Gemeinsamkeiten, die wir da haben. Wenn dich das anspricht, dann bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Und das ist so, die Methode und die Spiele, die ich dir zeige, die kannst du direkt in den Alltag mitnehmen. Also es ist nichts, du bist im Workshop, gehst wieder nach Hause, alles ist wie vorher, sondern es ist etwas, was du wirklich mitnehmen kannst. Und damit deine Beziehung und dein Leben wesentlich schöner gestalten und transformieren. Das hat es bei mir gemacht, das hat es bei etwa 500 Workshop-Teilnehmern im letzten Jahr gemacht. Und deswegen möchte ich das gerne einfach weitergeben. Und ich freue mich auf dich.